Ein Big Ball of Mud ist eine unstrukturierte Software. Das erscheint zunächst negativ, aber es gibt auch positive Seiten davon. Eine Definition von Big Ball of Mud kommt von Eric Evans, dem Erfinder von Domain-to-Design. Und in der Domain-to-Design-Referenz führt er das Pattern Big Ball of Mud auf. Er sagt dort, dass Modelle gemischt werden, Grenzen inkonsistent sind und dadurch entsteht eben ein großer Matschball. Der Grund dafür, dass sonst Grenzen in der Software drin sind, sind intellektuelle Entscheidungen und soziale Kräfte. Das heißt, wenn die weg sind, dann entsteht eben ein Big Ball of Mud. Und die Lösung, die er hat skizziert, ist, eine Grenze da drum herum zu ziehen, in diesem Big Ball of Mud keine tolle Modellierung anzuwenden und durch diese Grenze vor allem eine weitere Verbreitung dieser Strukturlosigkeit zu vermeiden. Ich denke, dieses Pattern, so wie Eric es darstellt, ist etwas überraschend. Denn es ist gar keine Lösung erkennbar. Er sagt nur, wie wir dafür sorgen können, dass sich diese Strukturlosigkeit nicht weiter ausbreitet. Und damit kann man diskutieren, ob das überhaupt konstruktiv ist. Es gibt eine Folge bei Software-Architecture im Stream, wo wir über das Thema Legacy-Systeme und wie ich in Legacy-System Struktur einbringen kann, aus Eric Evans' Sicht diskutieren. Deswegen ist es gerade so überraschend, dass er dort irgendwie nichts zu sagt. Interessant finde ich, dass er darstellt, dass diese sozialen Kräfte und diese intellektuellen Entscheidungen notwendig sind, um einem System Struktur zu geben. Es gibt also soziale Prozesse, die dazu führen, dass ein Big Ball of Mud entsteht. Er zitiert ein weiteres Paper zum Thema Big Ball of Mud von 1999. Und dieses Paper argumentiert, dass Big Ball of Mud die de facto Standardarchitektur ist. Das Paper versucht vor allem, diese Unstrukturiertheit ehrlich darzustellen als das, was es ist. Eben etwas, was tatsächlich sehr populär ist. Jetzt ist halt die Frage, warum ist das so populär? Die Autoren des Papers argumentieren, dass Benutzer irgendwann mit dem System arbeiten und dann ergeben sich Änderungen. Neue Datenformate, neue UIs und die untergraben die bisherigen Entscheidungen. Das ganze Paper diskutiert auch sehr viel Parallelen zu Gebäuden, wo ja Architektur auch eine Rolle spielt. Da gibt es ähnliche Effekte. Kurz bevor man einzieht, möchte man dann doch noch einige Änderungen. Und außerdem gibt es eben kein Geld für Perfektion. Und das sollte es auch gar nicht geben, denn die Software muss eben zur Tür raus und soll irgendeinen Businesswert erzeugen. Und als Treiber für Big Ball of Mud nennen die Autoren, dass man qualitative Software pünktlich unterhalb des Budgets liefern muss. Und damit sagen sie, muss man fokussieren auf Features und Funktionalitäten und nicht so sehr auf Architektur und Performance. Meine Meinung, das sind ganz gute Gründe, die erklären, warum es ein Big Ball of Mud ist und warum sie eben so populär sind und auch vielleicht das Problem lösen. Sie lösen eben ein Business Case kosteneffizient und schnell. Und das ist eben das, wofür Software typischerweise gebaut wird. Und von daher ist das vielleicht gar nicht so abwegig. Das dicke Ende kommt dann irgendwie später, wenn man versucht, diese Systeme weiterzuwarten. Ein weiteres Pattern, das die Autoren nennen, ist Throwaway Code. Da ist die Idee, dass man Code schreibt, der einfach nur dieses eine Problem löst, den man dann eigentlich wegwerfen will. Das Problem beginnt eben dann, wenn der Code nicht weggeworfen wird. Meine Meinung dazu ist, ich glaube, da kann man eigentlich nichts tun. Die Prämisse dafür, eine schnelle Einfalllösung zu wählen, ist eben, dass man den Code nicht weiter warten muss. Wenn man jetzt in jeder von diesen Situationen Code baut, der perfekt wartbar ist, dann ist der Aufwand halt wahnsinnig groß. Und das würde ich nicht riskieren. Das ist halt sinnlos, diese Großmenge an Investitionen zu betreiben. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass man damit eine passgenaue Lösung baut. Also werden wir solche Big Ball of Mud immer haben, wenn wir uns eben bei dieser initialen Vorstellung, dass wir den Code immer wegwerfen wollen, vertan haben. Ein weiteres Pattern, das die Autoren nennen, ist Peacemeal Growth, also unsystematisches Wachstum. Und da ist die Idee, dass man am Anfang halt einen Plan hat, wie man ein System bauen will. Aber die sind oft restriktiv, diese Pläne und verhalten. Dann adressiere ich eben Änderungen im Wachstum inkrementell und ich nutze die Möglichkeiten für Wachstum inklusive Refactoring. Ich muss nur aufpassen, dass dabei eine Architekturerosion möglicherweise einsetzt. Denn wenn wir etwas bauen und nicht vorsichtig sind, dann haben wir irgendwann ein schlechtes System an der Stelle. Ein wesentlicher Punkt dabei ist Feedback. Ich kann im Nachhinein Dinge leichter ändern, wenn ich weiß, was passiert ist. Das ist viel einfacher, als wenn ich versuche, das mit Voraussicht zu machen. Und das ist so vielleicht der Grund, weswegen so ein Wachstum sinnvoll ist. Meiner Meinung nach sollte das relativ klar sein, dass wir so vorgehen müssen. Wir müssen in Iteration Software entwickeln, damit auch die Architektur verbessern. Ich glaube, das Besondere dabei ist dieser Name unsystematisches Wachstum. Das ist eben unvorhergesehen an bestimmten Stellen einsetzt. Und ich finde das als Idee und wichtigen Hinweis richtig. Wir müssen eben schauen, wo das System wächst, wie wir es dann im Wachstum leiten können und wie wir dann eben besser werden können. Ein weiteres Pattern ist Keep it Working. Und da ist halt die Aussage, wir können Systeme für Wartung nicht längere Zeit abschalten. Aber wir haben das Problem, dass sich Wartungsbedarf aufgetürmt hat. Eine größere Überholung ist aber nicht weise, weil dann das System für längere Zeit nicht verfügbar ist. Also müssen wir die Software warten und dafür sorgen, dass sie immer noch weiter funktioniert. Und das hat Vorteile, weil Dinge abgewiesen werden von vornherein, die das System brechen. Es scheint so zu sein, dass man damit größere Umbaumaßnahmen nicht ergreifen kann. Aber wir können ja im Hintergrund Dinge bauen, ganze Systeme, die wir dann anflanschen und dadurch größere Änderungen auch durchführen. Noch ein Pattern ist Shearing Layers, also Schichten abscheren. Dort ist die Aussage, dass sich unterschiedliche Komponenten unterschiedlich schnell ändern. Die Lösung dafür ist dann, ein System zu bauen, bei dem Artefakte mit gleicher Änderungsfrequenz zusammen sind und sich diese Schichten bilden. Beispiele, die sie nennen, sind Daten, die sich halt öfter ändern als der Code. Streamworks ändern sich weniger häufig als die konkreten Klassen, die wir nutzen. Und sie sollen ja auch gerade das Gemeinsame enthalten aus verschiedenen konkreten Klassen, die wir eben benutzen, die wir nutzen, um Probleme zu lösen. Und beispielsweise kann man durch Metadaten oder Konfigurationen aus Code sozusagen Daten machen. Man kann eben sagen, bestimmte Funktionalitäten sind konfigurierbar, das heißt, sie sind eben so schnell änderbar wie Daten und dadurch haben wir dort eben die Möglichkeit, schnell Änderungen zu machen. Meiner Meinung nach hilft dieses Pattern nicht wirklich, weil die Aufteilung eines Systems in Daten, die in der Datenbank liegen, Code und Frameworks, die wir benutzen, ist typischerweise bei allen Systemen der Fall. Das heißt, da sind keine überraschenden Ideen weit drin und ich weiß nicht, wie das bei uns helfen soll, gerade beim Big Ball of Mud. Die Aufteilung in Daten, in der Datenbank, Code und Frameworks hilft uns nicht weiter dabei, Big Balls of Mud irgendwie zu lösen, zu verhindern oder aufzulösen. Dann gibt es Sweeping it under the rug, etwas unter den Teppich kehren. Vielleicht braucht man Teile des Codes und will ihn aufrufen. Ein Big Ball of Mud kann zu groß und komplex sein, um ihn zu ändern, also bauen wir irgendwo etwas ein, mit dem wir einen Teil isolieren. Wenn man einen Deckel drauf hat, ist es leichter aufzuräumen. Das Beispiel, was das Paper zitiert, ist der Sarkophag in Tschernobyl, in dem eben der explodierte Reaktor erstmal eingemauert wird, bevor man ihn dann aufräumen kann. Das Fassaden-Pattern, mit dem wir ein komplexes Zusammenspiel verstecken hinter einer Fassade, ist eine Möglichkeit. Aber es kann schwierig sein, so ein Interface zu finden, das den Einstieg ins Raubräumen bieten kann. In der Episode zu dem Strangler-Fick-Pattern habe ich bereits über Brunch by Abstraction gesprochen. Irgendetwas wird von vielen Clients genutzt und ich baue jetzt ein Abstraktions-Interface ein, mit dem ich die alte gegen eine neue Implementierung austauschen kann. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die auf Sweeping under the rug aufbaut. Also ich verstecke es erstmal hinter einer Schnittstelle und dann löse ich es ab durch etwas Neues. Oder Parallel Change, ich habe dann eben ein altes Interface und ein neues Interface und unterstütze sie beide gleichzeitig, um dort dann mein System zu verbessern. Was ich hier interessant finde, ist, dass das Pattern eine soziale Motivation gibt für dieses Pattern. Nämlich, dass die Leute weniger frustriert sind, wenn sie nicht die ganze Zeit diesen Code sehen müssen, sondern wenn der halt irgendwo versteckt ist. Und das finde ich ist ganz gut. Es ist so ein bisschen eine Wiederaufnahme von dem Eric Evans Big Ball of Mud Pattern. Also die, die einfach eine Grenze darum zu ziehen und zu sagen, okay, das ist halt das alte System. Dann gibt es Reconstruction. Der Code ist so schlecht, dass man ihn nicht mehr reparieren oder verstehen kann. Also werfe ich ihn weg und baue ihn neu. Das finde ich ehrlich gesagt persönlich schwierig. Es gibt von Joel und Software einen Blogbeitrag, in der er argumentiert, dass man keine Rewrites machen soll. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass dieser große Beschreibungsschlag, mit dem ich irgendetwas neu schreibe und dadurch endlich dieses Problem lösen mit der alten Software eher überbenutzt wird. Deswegen finde ich das Pattern auch ein bisschen schwierig. Es gibt ein paar interessante Aspekte, die diskutiert werden. Ein Grund, warum ich etwas neu schreiben möchte, ist beispielsweise, weil die Menschen, die das System gebaut haben, weg sind. Dann kann ich aber nicht lernen aus dem alten System, weil die Menschen, die das ursprüngliche System gebaut haben und daraus wissen, wie es funktioniert, die sind ja eben gerade weg. Ein weiteres Problem dabei ist, dass das Pattern sagt, man sollte das alte System untersuchen, das konzeptionelle Design behalten. Denn ich würde eher versuchen, die Anforderungen zu verstehen, die sich vielleicht geändert haben. Und wenn man sich die Episode über Niktunes Paper anguckt, dann ist es dort sogar so, dass Niktune behauptet, dass eine Legacy-Migration immer davon ausgeht, dass sich irgendwas im Business ändert. Dann will ich gerade nicht das alte System wieder bauen, sondern ich will ein anderes System bauen, das auf die neuen fachlichen Anforderungen gemünzt ist. Also man sieht, in dem Bereich von Big Ball of Mud gibt es ganz viele unterschiedliche Patterns. Und ein Beschäftigen mit den Papern in diesem Bereich bietet sich auf jeden Fall an.